Samsung hat auf dem Mobile World Congress einen neuen 2-in-1-PC in zwei Versionen vorgestellt. Das Galaxy Book kommt wahlweise in 10,6 Zoll mit Core M3-Prozessor oder als 12 Zoll-Version mit Core i7-Chip. Beide Modelle werden mit einer Tastatur ausgeliefert, auf der es sich angenehm tippen lässt. Sie lässt sich wie bei dieser Geräteklasse üblich abnehmen. Zusätzlich können wir sie auch um 360 Grad nach hinten klappen, ohne dass sie sich löst. Außerdem gibt es einen S-Pen mit 4096 Druckstufen, der über die von den Notgeräten bekannten Notizfunktionen verfügt. Das 10,6 Zoll-Gerät kommt mit einem Full-HD-Display, die größere Version mit einem 1440p-Bildschirm. Beide Modelle werden mit Windows 10 ausgeliefert. Das große Gerät kann statt mit Windows 10 Home auch mit Windows 10 Pro gekauft werden. Seine Leistung prädestiniert das 12 Zoll Galaxy Book auch für rechnerisch aufwendige Anwendungen. Es ist in der maximalen Konfiguration mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB SSD erhältlich. Das Galaxy Book 10.6 soll ab Mitte 2017 für um die 800 Euro erhältlich sein. Die 12 Zoll-Variante soll mit der besten Ausstattung um die 1400 Euro kosten.